In unserem Blickpunkt haben wir heute diese Themen für Sie. Großeinsatz, Gasalarm an der Totaltankstelle in Einarten. Rallye-WM Ogier siegt in Monte Carlo. Fußball, AS Eupen verliert gegen Genk mit 0 zu 1. Und Aktion Damian, ostbelgische Schüler in Nicaragua. Das und das Wichtigste aus dem Inland wie immer um 17.45 Uhr hier im BRF Fernsehen und jederzeit auf brf.be. Untertitelung des ZDF für funk, 2017